Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Video, diesmal Heldenvorstellung des neuen Kostüms bei den Krieg der Drei Königreiche. Ciao, ciao, ja, ciao, ciao. Gucken wir uns an und natürlich Kongalach, wenn wir sowieso schon dabei sind. Macht sich, glaube ich, ganz gut, können wir gleich Beda angucken. Von daher, Leute, los. So, da sind wir in der Hood. Machen wir mal eine Mautze an. Ah ja, und ich muss ja noch sagen, ja, für alle, die mir gute Besserung gewünscht haben, wegen meinem Fuß, ja, ich wusste ja gar nicht, was ich da tue, ja, also ich wollte eigentlich nur berichten, dass ich mich blöd angestellt habe, aber so viel Genesungswünsche hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Also es geht der Haxe tatsächlich besser. Also, ja, ich bin kurz davor, dass ich wie so ein, ja, und so, wisst ihr? Also, ist wieder besser, ja. Ja, ähm, man muss dazu sagen, ja, meine Frau hat wirklich abgefahrene crazy Tabletten, ja, nein, also viel geschmiert, Tablette hier und, und, und. Viel gekühlt gestern noch. Äh, gestern war echt tatsächlich so, dass ich dachte, alles klar, den Urlaub verbringst du mit Krücken. Muss ich gestehen, ja. Heute aber schon deutlich besser. Äh, konnte auch schon wieder Tüten beim Einkauf schleppen, ja. Ja, das ist ja quasi die, die männliche Aufgabe beim Einkaufen. Habe ich geschafft, ja, habe ich geschafft und lebe noch, ja. Wollen wir mal gucken, wie heute Abend ist, ob der Fuß dann hier für dreimal so groß ist. Wir werden sehen, ja. Im Moment ist er eingepackt im Tonschuh und solange er eingepackt ist, kann er ja nicht breiter werden, wisst ihr? Ja, sehr schön gehalten, links und rechts und so. So, lasst uns reingucken. Wir beginnen mit Ciao, Ciao, ja. Neues Kostüm. Ciao, Ciao. Äh, alte Kostüme kennen wir schon, ne. Den Oschi. Und auch hier das absolut nervige Kostüm von Diachon. Unglaublich ekelhaft. Wir gucken uns diesen unfassbaren Ciao, Ciao an. So, gucken wir uns erstmal seine Optik an. Ich finde ihn so deutlich cooler. Also, so war er irgendwie... Na, man hat ihm halt einen BH verpasst, ja. Und, äh, weiß ich nicht. Ich fand ihn vom Style her nicht so cool. Aber so... Wow. Was hat denn der für Schuhe an? Mal gucken. Ihr wisst ja. Ja, ich und meine... Naja. Sind halt hier vorne so ne, ne, so ne spitzen Galoschen. Aber gut. Ich find ihn vom Style her, find ich ihn richtig gut. Ja, richtig gut. So, Kostümbonus. Natürlich satt, ja. 35% Angriff, 35% Verteidigung, 45% Leben. Mana bleibt bei 5%, zum Glück. 1462 Gesamtstärke, das ist natürlich mächtig, ja. Das ist mächtig. 1580 Angriff, das ist, äh... Ja, das ist schon ne ordentliche Kelle, die er austeilt. Knapp 1500 Schild, das ist auch okay. 2800 Leben, passende 5er-Truppe drunter, wisst du Bescheid. Hast du auf jeden Fall zu tun. So, er ist und bleibt langsam. Passiv und sowas gucken wir uns gleich an. Er ist und bleibt langsam. Verursacht 320% Schaden bei allen Gegnern. Okay, vorher waren es 330, das heißt, ein bisschen Schaden haben sie runtergenommen, ja. Bisschen Schaden haben sie runtergenommen, aber... Und jetzt kommt's eigentlich, beschwört einen Weihsoldaten-Lakaien für jeden Verbündeten mit 42% Lebenspunkten und 42% Angriff des Wirkers. Wow. Okay, früher waren das 20% Lebenspunkte und 25% Angriff. Jetzt also 42% Lebenspunkte und 42% Angriff. Das ist mächtig. Wir gucken mal kurz auf, äh... Ja, na klar, die hat jetzt natürlich wieder die Reihenfolge geändert. Wo bist du, Diachon? Oh, ich krieg ein Kribbeln in der rechten Hand, ja. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, ich sollte beschwören. So, die, äh, Diachon-Lakaien-Minions haben 33% Lebenspunkte. Und die sind ja schon mächtig krass, ja. Die sind ja schon mächtig krass. Und er bekommt jetzt 42% Lebenspunkte. Und zwar nicht nur er, sondern auch alle Verbündeten. Also alle bekommen jetzt dieses saftige Fleischschild. Das ist, äh, dicke. Und dadurch, dass quasi ja alle auch dieses bekommen, gibt's natürlich auch nicht nur einen Autohit, wie es bei diesen, ähm, Mega-Minions, ja. Mega-The-Dorn, ja, Minions, äh, gibt. Sondern, ähm, hier gibt's natürlich jetzt so 5 Autohits. Ja, nicht mit, was weiß ich, 170%, wie es bei den Mega-Dingern ist. Aber 42% Angriff, das merkst du schon. Also diese Treffer werden dich, äh, nerven. Sie werden dich jetzt nicht komplett, äh, kaputt machen. Aber viel schlimmer ist dieses Fleischschild, ne. 42% bei allen. Sehr unangenehm. So, jeder Treffer von einem Weihsoldaten-Lakaien entfernt alle Bannbahn-Boni vom Ziel. Das müsste genauso sein, wie es vorher auch war. Entfernen alle Bannbahn-Boni vom Ziel. So. Zusätzlich, alle Verbündeten erhalten plus 40% Verteidigung für 5 Züge. Waren vorher 30% für 4 Züge. Jetzt sind wir bei 40% für 5 Züge. Ähm, das ist, äh, schon ganz schön viel. Ja. Also die 40% selbst sind vielleicht noch gar nicht so, dass man sagt von wegen, oh, 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 wie schlimm, ja. Die Kombination, finde ich, die macht das tatsächlich. Ähm, diese 42% Lebenspunkte-Lakaien werden dich hart stressen, weil du die nicht einfach so weggeklatscht bekommst. Ähm, plus jetzt noch 40% Verteidigung hoch. Das heißt, den Schaden, den du anrichtest, der ist eh verringert, ja. Ähm, dementsprechend ist es noch schwerer, die Lakaien wegzubekommen. Boi, ui, ui, bui, ui, ui. Was hat er noch? Natürlich. Er hat Resistenz gegen die Entfernung von Lakaien. Lakaien können trotzdem erhalten werden. Angriffe und Fähigkeiten von Lakaien, oh, gleich, kotzig, glaube ich. Boah. Angriffe und Fähigkeiten von Lakaien können nicht ausgeschaltet werden. So. Das bezieht sich natürlich nur auf ihn. Ne? Das bezieht sich nur auf ihn. Nicht auf die Verbündeten. Aber er, du kannst seinen Lakaien halt nicht wegnehmen. Und damit kriegt er natürlich dieses derbe Fleischschild, äh, plus die Verteidigung hoch. Das ist echt nervig, ja. Und dieses Boni-Entfernen zum Beispiel, ne? Also sprich, du hast jetzt keine Ahnung, Attack Up, ja. Und er nimmt dir das weg. Ähm, das ist halt echt scheiße, ne? Weil er kann jetzt quasi auch zum Beispiel so einen Spott entfernen oder so, ne? Ich mach das mit dir schon ja tatsächlich sehr gerne. Dass ich die mal mitnehme. Gerade wenn auf der gegnerischen Seite Bonis bei sind. Und sie stibitzt die dann einfach. Und auf einmal hast du dann, äh, keine Ahnung, zwei Spotter bei dir im Team. Obwohl das keine Spotter sind, ne? Also ich find die Kombination schon sehr, sehr unangenehm. Zusätzlich hat er natürlich hier noch diesen Bonus, ne? Für einen Helden. Nehmen wir mal an, der steht alleine. Zwei Prozent Mana, wenn ein Lakai für den Helden beschworen wird. Okay, das heißt also, er kriegt auch nochmal Mana oben drauf. Drei Prozent Heilung, wenn ein Lakai beschworen wird. Ähm, ja. Talente, ja. Er kann durch Bohren, ne? Verteidigungsboni umgehen mit einer 25-Prozentigen Chance. Und wenn er das macht, erhält das Ziel minus 30 Prozent Verteidigung. Das ist so, wo ich mir sage, okay, ist jetzt nicht ganz so, find ich jedenfalls primär nicht so wichtig. Glaube, alles andere ist entscheidend. So, ähm, wenn wir uns den mal angucken, dann ist natürlich so der Fakt, ich meine, er ist und bleibt nun mal langsam. Ähm, wir haben mittlerweile gelernt, muss man tatsächlich sagen, dass wir mit langsamen Helden durchaus arbeiten können, wenn wir eine ordentliche Fünfer-Truppe drunter haben, weil er einfach dann viel mehr aushält und man ihn eventuell durchaus geladen bekommt. Wenn du ihn geladen bekommst, sind die 320 Prozent erstmal ganz ordentlich, die er verteilt. Ich glaube nicht, dass er in der Lage ist, jetzt dein gegnerisches Team komplett rauszuhauen, ne, wenn's noch halbwegs solide dasteht. Das wahrscheinlich nicht. Aber, ähm, er wird schon Schaden hinterlassen. Das, was quasi dann tricky wird, ist das mit den Lakaien. Ne, wenn du was bei hast, was Lakaien entfernt, dann kriegst du sie von den anderen zumindest mal weg. Hast du nichts bei, wirst du zu tun haben, die Dinger überhaupt wegzubekommen. Weil durch die Verteidigung hoch und die 42 Prozent Lebenspunkte wird das herausfordernd sein. Und sie werden dich ganz schön zermürben, würde ich tatsächlich behaupten. Ähm, im Rush-Krieg, äh, ja, unfassbar nervig, ne. Also, A, ist der Schaden ganz ordentlich und dann halt die Lakaien. Das heißt, du kriegst einfach das gegnerische Team nicht so schnell weggeprügelt, wie du's gerne wolltest. Und hast dann natürlich die Situation, dass wenn du die nicht so schnell weggeprügelt bekommst, die ja wiederum wahrscheinlich auslösen werden. Und wenn die auslösen, weißt du selber, sieht das in der Regel immer sehr schlecht für einen aus. Ja, also von daher ein, ein durchaus unangenehmer Held. Ja, ich möchte mir nicht ausmalen, was ist, wenn der jetzt zum Beispiel hier so mit anderen hier, wie mit ihm hier, der ja quasi auch seine Lakaien nicht weggenommen bekommt oder so eine Diachon gemeinsam steht. Das ist schon eine ganze Ecke ätzend. Ja, also ich würde behaupten, dass es ein wirklich guter Held und der ist, äh, im Kostüm noch deutlich spielbarer als ohne, ja, weil einfach seine Lakaien hier schneller weggeputzt werden können. Und gerade auch mit diesem Bonus, dass sein Lakaien zumindest mal nicht weggenommen werden kann, ist das super, weil du hast damit halt einen Boni-Inferner bei, der natürlich variabel trifft, ne. Also du kannst es nicht steuern, wo der Lakaien jetzt hinhaut. Aber wenn du zum Beispiel den auslöst und du hast fünf Leute noch zu stehen, und dann hast du fünf Boni-Inferner bei, ja, fünf Autohits, die da drüben einschlagen und Boni entfernen. Sehr, sehr cool. Also ich find den, ich fand den damals schon geil, äh, an sich. Und ich find den jetzt noch viel geiler. Also ein wirklich toller Held, ja. Also wer da, wer den hat und bekommt, mega, mega cool, ja. So, und dann haben wir natürlich noch das Konga-Loch. Nee, das Konga-Loch war ja hier, wo ich sitze. Konga-Lach, Entschuldigung. Konga-Lach im Kostüm. Gucken wir uns mal an, ob der hübscher geworden ist. Nee. Was ich hier ja ein bisschen schade finde, tatsächlich, ist, ich find auch, er ist optisch einfach schlechter geworden. Also hier fand ich ihn irgendwie noch cool. Aber, man, weiß ich nicht. Also, das Kostüm verzückt mich nicht, bin ich ehrlich, ja. Also richtig triggern tut mich das nicht. Er hat natürlich auch Kostümbonus am Start, 5% Mana, alles klar, Lebensbonus und, und, und. Er ist am Ende trotzdem mit einem Kostüm, wenn wir das mal vergleichen, 1.314 Stärke zu 1.462. Und das ist so ein bisschen etwas, was ich, äh, ich nenn's mal bemängle. Du hast die Situation, du musst Gefühl, also was heißt, du musst, aber es macht durchaus Sinn, auf die Kostüme draufzugehen vom Beschwören, weil ich zum Beispiel Kongalach, äh, im Moment weniger spiele, aber sehr gerne gespielt habe. Wenn ich das Kostüm hätte, würde ich ihn deutlich mehr widerspielen, weil er mehr aushält, ja. Das heißt also, es würde durchaus Sinn machen, hier jetzt, ähm, irgendwie draufzugehen. Und trotzdem, ich meine, der ist hier gealphabraket mit allem drum und dran, 25 Talentrasterstufen und der hat halt locker mal 150 weniger Stärke insgesamt. Das ist eigentlich schon wieder Scheiße, ne, ist eigentlich schon wieder Scheiße. Weil er jetzt gefühlt in zwei, vielleicht drei Monaten ist er schon wieder nicht mehr so cool. Das ist, weiß ich nicht, da, da bin ich weiterhin bei Small Giants nicht, nicht gedanklich bei ihnen, dass das Sinn macht. Also dann, das Einzige, was du halt wirklich sagen musst, ist, was du hast, du hast einen Kostümbonus und die Kostümbonis werden regelmäßig angehoben. Das heißt, man kann davon ausgehen, erst mal gedanklich, dass der immer mal wieder leicht gepusht wird. Das ist so ein bisschen der Vorteil, ja. Nichtsdestotrotz, ich habe wenig Helden, die 1314 Stärke haben, selbst mit Alpha Break. Ja, also von daher wäre das schon trotzdem gut, ne. So, was macht denn der jetzt aber, ne? Er ist weiterhin langsam, alles klar, das kennen wir, ne. Er verursacht 325% Schaden an fünf zufälligen Gegnern. Früher hat er 310 gemacht. Also ja, 15% mehr Arschlecken, ja. Jeder Treffer gibt seinem Ziel minus 8% Verteidigung. Vorher waren es minus 9. Maximaler Stapel 10. Das heißt, sie haben sich wieder nicht wirklich viel Mühe gegeben, außer dass sie noch ein neues Passiv dazugefügt haben, nämlich erhöhter Schaden gegen verstärktes Leben. Nachdem dieser Charakter seine Spezialfähigkeit gewirkt hat, verursachen die normalen Angriffe und Spezialfähigkeiten aller Verbündeten vier Runden lang plus 70% mehr Schaden an Zielen mit verstärktem Leben. Das ist natürlich ein cooles Passiv, weil, ähm, also du musst ihn natürlich erstmal langsam auslösen, aber du hast halt die Situation, dass du halt regelmäßig mal auf verstärktes Leben triffst und dann macht das 70% mehr Schaden. Das ist natürlich erstmal gut. Nur in der Zeit, wo die verstärktes Leben haben, ne. Also drückst du die über deinen Steinschaden zum Beispiel nieder, unter die, äh, über, also unter die 100% Marke, dann wieder ganz normal Schaden, ne. So, äh, der durch Spezialfähigkeiten erlittene Schaden wird für diesen Charakter um minus 20% verringert. Okay, das heißt also, er kann ein bisschen mehr auf die Fresse ab. Ja, was soll ich jetzt sagen, ja. Ich finde, sie geben sich bei den Kostümen hier so nicht so wirklich Mühe, ja. Ja, auch hier ist das, finde ich, so recht deutlich zu sehen. Ähm, auch bei ihm, auch wenn der jetzt nicht neu vorgestellt ist, hat sich ja kaum was getan, ja. Ein bisschen die Prozente hin und her geschoben, zu vernachlässigen aus meiner Sicht. Auch er hat ein Passiv dazu bekommen. Ach, der hatte das Passiv sogar schon vorher? Okay. Ne, das hatte der nicht vorher, oder? Ich glaube nicht, dass der das schon vorher hatte. Das haben sie mit dazu gegeben in der normalen Form, bin ich überzeugt von. Ähm, es ist eher ein, ein, ein Aufwerten der statistischen Werte, ne. Mehr nicht, muss man tatsächlich so sagen. Die Anhebung ist natürlich satt, ne. Wenn man jetzt den zum Beispiel vergleicht ohne Kostüm bei mir im LW1, dann ist das natürlich hier das Kostüm Gold wert. Ich tue mich schwer damit, muss ich gestehen. Ähm, ihr seht, ich habe zwei Beschwörungen. Ja, dann könnte ich hier die Dings voll machen. Ich tue mich schwer damit, ähm, hier Geld zu investieren für die Kostüme. Ich bräuchte Kongalach, würde mir sofort helfen in irgendeiner Form. Ich bräuchte unfassbar dringend Fock, weil den habe ich halt auch fertig. Der ist auch gelimit-braked, genauso wie Kongalach. Und das Kostüm würde einfach massiv helfen, damit er länger durchhält. Ich tue mich extrem schwer damit, Kohle für Unterwildnis auszugeben. Weil halt auch noch nicht alle Kostüme da sind. Äh, und, äh, ja. Weil man halt weiß, wie es Beschwören oft läuft. Und man das Gefühl zum Beispiel im Moment hat, dass, ähm, eventuell Fünfer-Truppen einfach wertiger sind als die Helden tatsächlich. Ja, also die Fünfer-Truppen machen dir selbst schlechtere Helden um so vieles besser. Ja, ich könnte hier, ich hab Passepartout fertig, ich hab Morell fertig und spiel die, ne. Also es würde durchaus Sinn machen, hier mal all-in zu gehen. Aber ich krieg's im Moment nicht hin. Wer fehlt da noch als Kostüm? Also nicht, weil ich's mir jetzt nicht leisten könnte, ne. Also darum geht's nicht. Aber ich krieg's nicht hin, das mit mir zu vereinbaren. Ja, Rockamush fehlt noch. Sie, ja, haben schon eigentlich ganz schön viele jetzt Kostüme, ja. Also fehlt eigentlich nicht mehr viel. Scheiße. Muss ja doch noch überlegen, ob ich was mache. Weil, ja, er ist mir total real. Und, äh, Cave, äh, Grave Crush ist mir auch total real. Und alle anderen haben, ne. Scheiße. Ah, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Kacke. Muss ja doch überlegen, ob ich was mache. Ah, ich dachte eigentlich, dass noch so viele Kostüme noch nie da sind. Weil vor den Dreistand-Helden und so, das ist mir sowieso Bockwurst. Hm, dann muss ich noch mal überlegen. Dann muss ich tatsächlich noch mal überlegen. Weil mit Kongalach und Fock sind halt, äh, zwei vorgestellt, die ich, äh, sofort spielen würde, wenn ich das Kostüm hätte. Und die ich auch schon fertig gelevelt habe. Ah, aber es sind halt auch Truppen, ne. Also, Truppen sind ja auch noch, wo ich vielleicht vorhatte, noch ein zweites Mal was zu machen, weil ich keine bekommen habe. Ah, Scheiße. Sagt ihr mal, was würdet ihr denn machen? Ja. Kongalach, Fock, bräuchte ich. Ja, wäre also gut. Kostüme sind alle da bei den Fünfern. Elisabeth würde mich jetzt nicht so anheben. Aber von der Unterwildnis habe ich gefühlt sehr, sehr wenig Helden. Also, kaum, ja. Macht das Sinn, da mal ein paar Puls zu machen? Ah, ich bin auf eure Kommentare gespannt. Auch zu den neuen Helden, wie ihr die findet. Ja, haut's rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es ist Heldenvorstellungszeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao.